Jo moin Leute, BrowserXL hier. Herzlich willkommen zurück zu Metro 2033. Wir haben ja am Ende der letzten Folge schon gesehen, dass hier unser Kollege auf uns wartet. Nimm das. Ich werde im verlassenen Tunnel zur Paulus auf dich warten. Okay. Wie wir ja wissen, ist unsere aktuelle Aufgabe, den Generator, der hier die Gegend versorgt, zu... ...unter unsere Kontrolle auszuschalten, damit wir hier besser durchkommen. Lass das Flashlight mal aus, warte mal. So, gucken wir mal. Hier ist es natürlich noch viel zu hell. Mal sehen, ob wir da überhaupt sauber durchkommen. Na, falsche Seite? Wahrscheinlich. Genau. Zack. Ich weiß nicht. Hab sie seit Wochen nicht gesehen. Und jetzt hängen wir hier fest. Ja. Was? Ich hänge sie als Apfel. Was ist der Strom denn auch für die Kiste hier brauchen wir? Den Strom, der aus dem Akku hier gesch... Vorsicht! Nicht so laut Gucken, was haben wir denn hier noch? Bastardpistole Was natürlich sehr praktisch wäre, wäre wenn wir hier noch irgendwo ein eine neue Maske finden könnten Das wäre sehr praktisch Ich lasse das Flashlight jetzt mal aus, es könnte in einigen Passagen ein bisschen dunkel dann werden, aber ich will halt eben die Gegner nicht warnen Okay Okay. Missed. Na bravo. Das Spiel hier könnte ich ewig werden. Jo, du bist tot und du auch. Tschüss, komm schnell du Feigling! Auf jeden Fall noch ne neue ABC-Maske, ich hoffe wir finden hier noch eine. Eigentlich würde ich hier gerne runter, denn da unten liegen ja jetzt noch ne... ...dass ich hier noch nicht. Ich bin hier noch nicht. Ich bin hier noch nicht. Okay, das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht von hinten überrascht werden. Gut zu wissen. Okay, jetzt sind wir eigentlich auch mehr oder weniger entdeckt. Wie ist denn hier runter? Aha! Da! Oh, das ist natürlich auch hübsch. Der hat das verbesserte AK. Aber ich will hier dann doch lieber darauf verzichten, zu viel Kraft zu machen. Was sollen denn hier noch? Okay. Die haben alle mittlerweile sehr gut ausgerüstete Bewaffnung. Hier geht's nicht weiter. Okay, das heißt, sie haben immer noch Alarmierungszustand. Ich werde aber trotzdem mal wieder nach hier oben gehen. Mal sehen, wo wir hier lang kommen. Elf Patronen und ich nehme an... Jo, Matpacks habe ich genug. Sehr hell hier. Das klingt, als würde ich dem Generator näher kommen. Das ist der Generator, aber der ist unbewacht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da gibt's hier eine kleine Sabotage. Da kenne ich ja gar nichts. Das ist ja... Verdammt. Hier fehlt mir nicht gleich. Wer geht mir vorhin? Oh, ich bleibe. Kipp schon um hier. Na, Kuppe? Drei Pfeile, müsste ich denn rein... Oh. Ui. Ach, deswegen. Okay. Ich habe kaum noch Druck drauf gehabt. Das erklärt's. Okay, so. So. Nee, das ist auch keine Tür. Nee, das ist auch keine Tür. Okay, jetzt müssen wir den Ausgang aus diesem Bereich finden. Aber bitte mit nicht zu viel Lärm. Aber bitte mit nicht zu viel Lärm. Ich habe hier anscheinend gut aufgeräumt. Es sind nicht mehr viele Gegner, die hier rumeiern. Ich denke mal, hier geht's lang, oder? Was sagt denn die Karte? Ja. Könnte hinkommen. Okay. So, die machen wir erst mal ein bisschen. Aus! Nicht so gut ausgerüstet wie unsere So Nee Hier ist nichts weiter Da ist eine Elektroanlage Hier ist der Generatorraum, genau Also Wieder raus Hier ist Feier auch ausmachen Nee, kann ich nicht wirklich Schön, ich kann da ein Knöpfchen drücken, aber es funktioniert nicht Muss ich denn da wieder zum Anfang, wo ich den anderen Spartaner gelassen habe? Das könnte natürlich sein Okay, dann gehen wir mal wieder zurück Gaslampe aus Oh, das sieht zu laut und B macht sie mich zu gut sichtbar Okay, ich bin ein Knöpfchen Das ist die... Genau, das ist der vordere Wachtposten. Warte mal. Macht da ne... Ne. Das ist ein ungekippter Container. Ja, 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 ja. Aha! Okay. Hier ist nichts. Da geht's weiter. Uiuiuiui. Röchtet er was? Geh mal da schnell hier rüber. Verpflegst. So. Wir finden dich gleich. Na, komm schon. Okay. Alarm! Sie sind hier! Verdammt! Blöde Scheiße! Hat ihn jemand gesehen? Nein! Verstattig, huh? Hey, du bleek! Ja! Jetzt geht's los. Na, kommt schon, meine Freunde. Schön gemacht. Hilft dir nur nichts. Ich weiß nicht, dass hier noch einer rauskommt. So. Was ist das da unten mit dem Feuer? Ja, das krieg ich wieder nicht aus. Okay. Ich glaube, hier ist erst mal keiner mehr. Oder vielleicht doch? Wie wäre es mit dieser Stelle? Hier! Gut, okay. Mitnehmen. Was mitzunehmen gilt. Okay. Patronen. Das ist gut. So, was sagt mein... Äh, ja, okay. Muss ich hier hoch? Ich würde ja fast sagen, ne? Jetzt nach da unten. Oh, ein paar Pistolenkugeln sind okay. Okay. Hä, bin ich denn dämlich jetzt, oder was? Ach, ne, warte mal. Ähm, den raus. Und dann den Tabulator? Nö. Egal. Weiter geht's. Okay, ne, hier ist doch alles sauber, wie es mir aussieht. Dann müssen wir wohl nach hier oben. Gut, ins Genick springen wird uns hier keiner. So, aber da das Feuer hier an ist, kommen wir hier auch nicht wirklich leise durch, fürchte ich. Alter. Kennst du die Geschichten über Metro 2 und die unsichtbaren Beobachter? Hm. Nein. Du hast aber von Ragnarok gehört gehört. Der letzte Schlacht der Götter. Nun, Metro 2 ist der Ort, an dem das Sovjetradion Schupport, wenn die Nechten des Bösen siegen. Der Legende nach, liegt mit dem, der unter dieser Hirte steckt. Unsere ist die Metro für die Schatten. Und Metro 2 ist für die Schäfer und ihre Hunde. Früher haben die Schäfer von dort aus die Herde gehütet. Aber später... Hey, was soll... Die Kommunisten sind in der Nähe! Ja. Hier bin ich. Wow! Liegen bleiben. Hast du bei uns noch was bei? Gut. Da ist noch nichts. Was ist denn hier bei dir? Ja, aha. Schön mal in Pfeile wieder. So, was haben wir hier noch? Bei dem möglichen Gedöns. Das wollen wir aber im Augenblick nicht. Okay. Okay. Aussehen bis hier. So. Okay. Ich glaube, ich glaube... Diese Luke sieht sehr verlockend aus. Da ist alles verbarrikadiert. Ja, okay. Ich würde sagen, die Luke ist... ...der Weg. Gut. von hier kommen wir noch. Von hier kommen wir noch. Gott sei Dank. Eine vernünftige Maske. Naja, relativ. Lecker. Ich hasse ja solche Viecher. Okay, vorsichtig. Vielleicht sollten wir in der Nähe einer Brandbombe nicht unbedingt mit einem Feuerzeug rumhantieren. Das klingt eigentlich meiner Meinung nach relativ vernünftig, oder? Mag ich das Geräusch? Geh weg. Ich glaube, ich... Boah. Boah. Stellen wir uns mal hier hin, weil wir haben ja jetzt... Warte mal, den Außenposten. Genau, hier, schwarze Station, da sind wir im Augenblick. Wir tragen alle kugelsichere Rüstungen. Selbst nachdem wir die Weste und alles andere abgelegt haben, sind wir immer noch von Kopf bis Fuß in einen Schutzmantel gekleidet. Wir haben Angst, uns anderen Menschen zu öffnen, unsere Gefühle zu zeigen. Wir haben Angst, dass jemand unsere Gedanken verstehen könnte. Wir verstecken unsere Gesichter unter Gasmasken, aber darunter befindet sich noch eine Maske. Ullmann, der ewige Optimist, der leichtherzige Scherzbold. Sein wahres Gesicht habe ich nur einmal gesehen, als sein Kamerad starb. Zu Tode erschöpft, fast verzweifelt. So sah er aus. Nur für eine Sekunde. Einen Augenblick später hatte er seine Panzerung zurück und war wieder der alte, fröhliche Mensch. Ich habe nie versucht, ihn noch einmal zu öffnen. Das macht man in der Metro nicht. Und ich werde mich auch bestimmt nicht für jemand anders öffnen. Die Metro tötet den Glauben an Wunder, lehrt dich aber auch ohne Hoffnung zu leben. Und trotzdem kann ich keine Erklärung dafür finden, dass ich so erfolgreich durch das Labyrinth der schwarzen Station gelangte, voller Faschisten wohlgemerkt. Das grenzt an einem Wunder, als wenn ich von jemandem geführt würde. Ja, von mir. Ist das meine dumme, unverwüstliche Hoffnung oder vielleicht das Schicksal selbst? Ach Junge. Hier müsste ich die Maske eigentlich wieder abnehmen können. So, von da komme ich. Mal hier weiter gucken. So, das warst ja du. Knitzel, britzel, brutzel. Hier ist nichts. Dann geht's hier weiter. Feuer! Feuer! Ach du heilige Lippe. Was ist denn hier los? Das ist ja alles irgendwie Spinnweben ohne Ende. Ah, der hat nur ein Medpack. Das brauche ich nicht. Dann machen wir hier durch. Okay. Der Schrank ist geschlossen. Hey! Du hast es geschafft. Komm und ruhe dich aus. Wir werden die Polis bald erreichen. Und dann mal los. Hellbiker from Metro hier. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes. Irgendwas Schlimmeres. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Schrecken. Das ist das Ende. Die Kinder wollen ihre Eltern so verlieben und verstehen, wenn diese sie hassen. Wir möchten euch verstehen und entfernen. Was macht er da? Ja. Frieden. Hä? Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen. Hier ist es nicht sicher. Es ist schwierig, meine Gefühle in diesem Moment zu beschreiben. Erschärft. Aber auch froh. Ich hatte es geschafft. Sobald die Hand das Nachricht überbracht hatte, konnten andere über die Rettung meiner Heimatstation entscheiden. Stärkere und weisere. Meine Aufgabe war erfüllt. Puh! Was war das denn jetzt? Jungs, cool bleiben! Wir sind Faschisten und wollen eure Station einnehmen. Ulmer, sind Sie das? Haben Sie ein Glück, dass Petrovic nicht hier ist? Er steht nicht auf solche Scherze. Wer ist das da bei Ihnen? Er kommt von der Nordfront. Ich begleite ihn zur schwarzen Station. In Ordnung. Dann kommen Sie durch. Alter! Sag sowas nicht nochmal! Sag sowas nicht nochmal! Wir werden gleich auch hochmilitärisch organisiert, wie man hier uns schwer erkennen kann. Zumindest das, was wir gerade zu Gesicht bekommen. Schon sehr beeindruckend. Kann man nicht anders sagen. Das ist immer wieder genial. Du wie du mich auch. In Ordnung. Gehen wir uns. Gut. Ähm. Okay, genau. Den habe ich gesucht. Und diesen Speicherpunkt gucken wir uns dann aber beim nächsten Mal an. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.